Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man sein Poolwasser ablassen und vor allem auch, wohin man es pumpen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Normalerweise zählt chlorhaltiges Wasser als Schmutzwasser, deswegen wir das Ganze auch in die Kanalisation ableiten müssten. Wenn das Ganze aber schon wirklich relativ lange bei dir jetzt offen steht, wie in meinem Fall über den Winter, dann sollte da normalerweise fast kein Chlor mehr drinnen sein und wir können das Ganze auch mit gutem Gewissen über ein paar Wochen zum Beispiel zum Gießen im Garten verwenden. Normalerweise unterscheiden wir beim Poolwasser ablassen zwischen zwei Methoden und die erste Methode ist jetzt für freistehende Pools, wie in meinem Fall. Dazu benötigen wir nur einen Schlauch und gerne auch etwas schweres, das wir da vorne hinhängen können. Zuerst muss ich meinen Schlauch komplett mit Wasser füllen, weswegen ich diesen in das Wasser hineingebe und sobald keine Luftblasen mehr kommen, kann ich auch schon ein Ende mit meiner Hand komplett verschließen und dieses Ende gebe ich jetzt mal über meinen Poolrand rüber und sobald ich jetzt meine Hand nämlich weg mache, wird das Wasser auch schon ganz von alleine nachlaufen und der Pool entleert sich. Hierbei ist nur wichtig, dass der Schlauch natürlich im Wasser drinnen ist und auf der anderen Seite schaut es so aus, dass das Schlauchende unterhalb der Wasseroberfläche sein muss. Im Pool innen drin könnten wir jetzt wie gesagt auch irgendetwas schweres an den Schlauch hinhängen, dass dieser natürlich die ganze Zeit so weit unten wie nur möglich ist. Bei einem eingegrabenen Pool schaut das Ganze schon anders aus, da können wir leider nicht mit der Schwerkraft arbeiten, weswegen ich dir auf jeden Fall empfehle, dir so eine Schmutzwasserpumpe zuzulegen. Da können wir auch einfach einen Schlauch dran machen und wir benötigen das Ganze ja sowieso jedes Jahr wieder. Ich kann die Pumpe danach also ganz einfach in meinen Pool hineinstellen und sobald mein Schwimmer jetzt bei einem höheren Wasserstand natürlich dementsprechend sich umdrehen würde, wird die Pumpe aktiviert und gleich sollte das Wasser auch schon aus dem Schlauchgeschossen kommen. Und somit haben wir unser Pool was jetzt auch schon richtig entleert. Wenn du dir für zu Hause eine Schmutzwasserpumpe mit einem passenden Schlauch zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. zum Beispiel und Vielen Dank.